Willkommen zurück zu SimCity. Gut, schnell weiter. Ich hoffe, wir können es rechtzeitig stoppen, denn wir haben jetzt gerade ziemlich was reinbekommen. Frag mich nicht, woher. Und wir haben wieder Gewinn. Guckt euch das an, wir haben Gewinn. Woher kommt das jetzt schon wieder? Frag ich mich. So. Megaturm, ich komme. Elite. Alter. Hey, warte, zwei von... Achso, das sind wahrscheinlich... Okay. Hab nichts gesagt. Ich war gerade nur ein bisschen verwundert. Ach nee, das hier ist Industrie. Ähm, das hier ist der Eingang. Eigentlich könnte ich's... Ähm... Hä, wo hab ich... Egal. Wo hab ich jetzt platziert? Ja, lol, wo hab ich den gerade? Ah, da. Ja, doch, da passt er. Da passt's. Ja, doch, da gefällt ich mir. Das ist schön, äh, zwischen dieser... Ähm... Dem hier. Ja, doch. Könnt ihr hier theoretisch... Da, die könnten doch auch ein bisschen anders bauen. Ich vergeuden zu viel Platz, ey. Ach, hier ist... Lol, wieso ist hier nix? Vielleicht war da früher mal was und jetzt war es weg dann halt. Da auch nicht. Muss ich direkt mal gucken, ob das noch an mehreren Stellen so ist. Ja, natürlich, Bürgermeisterwilder, die ist irgendwie voll seltsam, aber okay. Man muss sie haben. Äh, oder auch nicht. Eigentlich macht ihr ja unnötig Verlust. Äh... Minus 100... Ja, okay, aber komm. Aber trotzdem. Minus 120 ist auch was. Ich glaube, ich deaktiviere die... Pech gehabt. Herr, Bürgermeisterwilder von Bürgermeister geschlossen. Ja, warum nicht? Äh, zu wenig... Zum Erhöhen der Dichte. Naja. So läuft's bei euch also. Theoretisch könnte ich die Straße, die ich da gerade gesehen hab, die hier so in der Mitte immer durch ist, wegmachen. Ach man, dann ist aber der schöne Turm weg. Hm. Weil es ist ja auch wieder Platz für Neue. Man muss Platz für Neues machen. Diese sind eigentlich total unnötig. Obwohl doch, die sind schon... Ne, das kann ich nicht bringen hier. Es war wirklich nur an dieser einen Stelle, wo man es wirklich ein bisschen bringen konnte. Okay. Äh, da hatten wir ja dann auch wieder... Wo war'n das jetzt? Hier. Ne. Ähm. Kurz gucken. Mann. Ich weiß es nicht mehr. Es war hier. Hier doch. Ähm. Ich glaub' wir haben doch schon was hingemacht dann. Keine Ahnung. Wird schon gehen. Hoffe ich. Ähm. Alter. Alter. Heftig. Heftig. Gebäude ohne Strom. Äh. Gebäude ohne Strom. Was? Wir haben doch genug. Also komm schon. Also ob wir hier nicht... Ah. Er ist fertig. Oh, geil. Apartment in der Etage 3. Genau. Das bauen wir dann. So. Und gebaut wird's. Die Elite Megatürme sind eh schöner. Also... Ist doch so. 97. Cool. Ich weiß grad gar nicht mehr was wir sonst noch hier vorstarten in der anderen Stadt. Ich glaub' sogar sowas ähnliches. Control Net. Aber... Ja, okay. Mann, da hinten ist das aber scheiße. Ohne Bedarf. Gewerbegebiet. Okay. Aber wohin? Eigentlich ja da hinten. Ich weiß, dass da Gewerbe auch war, aber egal. Na toll, jetzt steigt Wohngebiet wieder an, weil ich ein bisschen was weggetan hab. Kann ich jetzt auch nix für. Zahlt sich aus. Äh... Fertig? Okay. Dann könnten wir... Was machen wir denn als nächstes? Skypage oder... Kernfusionsanlage? Nee. Diese hatten wir. Verwunderlicherweise. Alter. Was? Zur... Megaturm. Warte. Steuern erhöhen. Der hier, oder? Der macht richtig Verlust. Gerade noch. Die Dreieretage, oder? Gesamt einer Minus. Geht's jetzt? Jetzt geht's wieder. Aber kommt 1000? Wird's so... Alter. Jetzt werden's wieder mehr. Aber es ist trotzdem grad nicht toll, was hier so abgeht. Ähm. Bildungsetage. Mann. Es wird auch nicht besser hier in dieser Stadt. Immer nur schlechter. Ui. Verlassen. Hm. Alter, schon wieder? Ach, fick dich mit deinem Omega immer. Ich glaub, ich höre auch mit Omega, wenn es so weitergeht. Das kotzt mich nur an, ey. Null, null. Okay. Ich starte... Nehmen Sie sich einen Kredit. Kann ich ja schlecht. Ähm... Hm. Ja. Woran hapert's denn? Was macht denn so viel Minus? Trans... Parks... Parks machen viel. Polizei? Ich versteh's nicht. Das versteh ich nicht. Zwischensumme. Ah. Na toll. Wir müssen jetzt auf jeden Fall gucken... Ah, die Kredite, ne? Ich weiß nicht, wie ich weitermach. Keine Ahnung. Gebäude stilllegen. Ist auch blöd. Ist auch blöd. Ist auch blöd. Komm schon, das muss doch jetzt was bewirken. Okay. Aber es ist keine Dauerlösung. Ich weiß auch nicht weiter. Irgendwie läuft's nicht so, wie's soll. Ich meine, wir können auch gar nicht viel machen jetzt eben. Ja, Alter, die Bodenverschmutzung hier alleine, ne? Ruhebedarf an... Tja. Ich glaub, die Zukunft ist wohl nicht so toll. Wär ich... Vielleicht machen wir mal so ne Glücksspielstadt. Okay, 1000, aber es ist keine Dauerlösung. Ich glaub, wir machen nächste Folge neun neue Stadt. Denn, ehrlich gesagt, weiß ich nie mehr weiter. Okay, dann seh ich mal, was wir machen. Bis nächstes Mal.